Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part oder ja, neuen Part seit langem äh, ich weiß, ich hab's sehr lange nicht aufgenommen aber das tut mir auch sehr leid aber eigentlich hatte ich gedacht, dass ich heute richtig fett Feuerwehr komplett rein stelle hatte ich mir eigentlich vorgenommen, aber ich denke, ich werd's sowieso nicht schaffen eigentlich wollte ich gestern schon aufnehmen, aber nein naja äh, nicht so viel quatschen äh, anfangen äh, kann sein, dass ich immer ein bisschen still bin aber ich weiß echt nicht, worüber ich reden soll worüber soll man bei Feuerwehrsimulator reden ach ja ich denke, ich werde Landwirtschaftsimulator doch nicht aufnehmen ihr könnt mir ja sagen, was es für coole Spiele gibt, die ihr gerne sehen möchtet äh, müssen nicht unbedingt Spiele sein, die andere auch spielen Gronkh oder so äh, also vielleicht Spiele, die nicht oft gespielt werden oder die relativ neu sind oder ja lasst eure Fantasie im freien Lauf ja, das dauert immer so Ewigkeiten so ich hoffe, ich habe Ton an habe ich Ton an? ich hoffe es, ja, wirklich ich hoffe, wir gucken einfach mal, ich glaube ja, das war Ton ok, dann legen wir einfach mal los wir haben Hinweise auf Unfall an einem Bahnhof-Übergang nach dem Bahnhof erhalten ok parkt das Feuerwehr auf oh, Ton Jo, das ist doch mal so, neue Aufgabe Sicherheit geht vor vergewissere dich dass es sicher ist näher an die Unglücksstelle heranzukommen das heißt mal ein Gastest mal ein Gastest was hat es so rausgefunden? oh, das ist nicht gut also müssen wir erst mal irgendwo ein Leck beheben bevor wir zur Brandbekämpfung gehen so können wir irgendwas zumachen oder so? ähm ja, äh, ich kann jetzt ich kann jetzt länger als 15 Minuten aufnehmen also werde ich, denke ich mal auch nicht so im Zeitdruck stehen das ist sehr gut äh und dann könnt ihr mir auch sagen wie ihr am besten oder was ihr am besten finden würdet äh und Tipps nochmal ähm und ruhig ein paar Kommentare schreiben das ist immer echt ein bisschen mager, was ich da bekomme also ich glaube, ich habe bisher wo war ich jetzt stehen blieben? äh, ich denke erstmal müssen wir die Strom oh scheiße ach, siehst du, wie schnell das geht oh, ist eine Aufgabe nicht innerhalb der Zeitlimit erfüllt ah, blöd, blöd blöd, blöd, blöd machen wir es ganz normal und das ein bisschen schneller so ich finde es richtig cool dass meine Videos so oft anguckt das ist echt toll ok ihr könntet auch mal bei äh MrBubbleCube gucken der hat auch ganz gute Videos wie ich schon so oft erwähnt habe das ist mein YouTube also ja mein Partner halt wir haben jetzt auch ein Musikkanal ähm also noch nicht aber ja aber was so als allererstes erstmal ein Gasbrief Funkgerät verantwortlich der Bahn bla 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 du kannst schon mal rüberrennen und das das Ding dazu machen und hier schließen so ist der Strom jetzt ausgeschaltet der Strom ist noch nicht ah jetzt ist der Strom ausgeschaltet Nachricht von verantwortlich der Bahn der Strom im Bereich 48 äh 4b wurde abgeschaltet viel Glück ja danke sicher Treibstoff Lecks Lecke meine ich doch natürlich so kann mal hier hingehen so ich brenne schon wieder nein so ähm dann brauchen wir jetzt einen Schaumzumischer Schaumverbindungskit so ich glaube ich werde heute ein Video nach dem anderen aufnehmen das ist bestimmt ganz okay ich meine ich hab jetzt länger als drei Wochen kein Video hochgeladen jetzt sagt bestimmt oh ja da gucke ich mich nicht mehr der ist so äh unzuverlässig das ist doch blöd alles aber das wird sich jetzt alles ändern ich versuche ich versuche jeden Tag ein Video hochzukriegen wenn ich es nicht schaffe nimmt es mir nicht übel ich kann heute nicht alles ne äh einsatzleiter nein du bleibst da ja können wir ja eigentlich schon mal die Pumpe anmachen ne so dann doch da geht auch irgendwie ich oh ich 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 So, gut. Dann können wir gleich schon mal... Rette Opfer und finde und rette alle Opfer an der Umgangsstelle. Okay, ob man mit Schaum auflöschen kann. Ne, sieht nicht so aus. Nein! Jetzt verdienen wir Unmengen an Wasser. Ich bin zu blöd, um dieses Ding hier auszumachen. Wir haben schon kein Wasser mehr. Eine Wasserdüse bitte. So. Bei Lösen, den da hin, den da dran, den in die Hand nehmen, Helm drauf setzen. Dann ballern wir da ganz 200 Liter drauf. Ähm... Ah, da steht ein Auto. Ich seh's. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Bevor der da verreckt, ähm... Dann holen wir erstmal schön die Powerblöcke. Das haben wir ja alles schön in den Tutorials gelernt, ne? Und das ist gar nicht schlecht gemacht, dass man das dann so einsetzen muss. Hm... Ich weiß gar nicht, wie lange nehm ich denn schon auf. Naja, ich hab hier vor... Ich hab... Jetzt... Ich denke mir einfach mal so... Wir machen das so, dass wir... In jedem Part ein... Eine Mission machen. Ist doch ganz gut eigentlich. Da löscht man schön. Ähm... Jetzt müssen wir schon mal neutralischen Rettungs... neutralischen Rettungsstellen... So. Also mir macht das echt Spaß auf YouTube. Das ist echt cool. Okay. Er ist verletzt. Also ruf mir den Notarzt. Nein! Mein Wasser ist alle. Shit. Das ist ja jetzt blöd. Ähm... Das ärgert mich. Das ärgert mich. Das ärgert mich. Das ärgert mich. Wir brauchen ein Hydrant. Dann müssen wir erstmal gucken, wo ist die überhaupt... Unterflutrand... Da ist einer. Einmal Niederflutrand aufmachen. Und den da rein poppen. So. So. Das ist jetzt schon wieder... Ich denke ich muss nochmal versuchen. Das könnt ihr dann meinetwegen in den zweiten Part gucken. Oder... ... ... ... ... Das passt, das passt. So, noch einen. Die ganze Zeit sind dann schon. Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr könnt mir Gesprächsthemen suchen. Das ist auch ganz wichtig, weil ich nämlich immer nie welche habe. Ich brauche halt keinen Plan, wie ich ihn da retten soll. Ich kann nichts anderes machen als eine Rettung hiermit. Keine Ahnung, geht nicht. Rette alle Opfer. Es gibt Opfer im Unglücksort. Finden und rette alle Opfer. Klar. Ich wüsste nicht, wie wir den retten sollen. Wenn ihr Tipps habt, bitte in die Kommentare schreiben. Die stehen da unten dann. Weil ich weiß gerade gar nicht, wie ich das machen soll. Ja, wir brauchen unbedingt noch einen Schlauch. Noch mehr Wasser, ob die Lokomotive ist. Hopp. W Taxi. So. So Hallo Das ist ein Kabel, die Tür hier, oh Gott, oh Gott, oh Gott So Wie ich den retten soll Mann, Mann, Mann Ich meine, ich hab alles gemacht, was ich machen soll Ah Wie blöd Ich muss den ja erstmal anschalten Ah Ja, klar Ah, Gott Jetzt müssen wir mal schnell machen Hm Ich hoffe, das ist der einzige Opfer Das ist der einzige Opfer, natürlich Äh Knips, Knips So Wo ist das hier im Auge? Ja Und 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 Ich denke, wir haben es gleich geschafft und dann war das auch schon das nächste Part. Das werde ich glaube ich gleich hochladen und dann gleich das nächste aufnehmen und dann das wiederum hochladen. Also ich werde hier das Internet schön missbrauchen. Einmal. Ich glaube wir haben das Feuer gleich gelöscht. Alle Feuerlöschen abgeschlossen. Gut, dann können wir mal... Ähm, hallo? So. Einmal die Ventile schließen, damit sich so ein Lärm macht. Und der hier... Ah ja, der hat ein paar Verletzungen. Hoffen wir mal, dass wir den schnell genug rauskriegen. Hm. Also... Wäre echt cool. Ihr merkt wahrscheinlich auch, ich bin echt Abend dran mit äh... Mit... Gesprächsthemen. Ich weiß immer nie, was ich so erzählen soll. Und ich kann es auch so schlecht. Ich kann auch so schlecht erzählen, wenn ich irgendwas spiele. Das ist so... Dann konzentriere ich mich so aufs Spiel und dann... Ich kann gleich hier schön die... Der Notarzt da... Ran an den Patienten. Äh... Der da am Auto stecken bleibt. Und dann werde ich auch gleich schön die nächste Folge aufnehmen. Kommen die jetzt schon? Kommen die schon? Kommen die schon? Kommen die schon? Ah, da ist noch einer. Hä? 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 Weil ich glaube, sonst gibt es keine Opfer da. Das einzige Opfer. Äh... Ich hatte einen Kommentar bekommen, dass ich etwas lauter sprechen soll. Äh... Ja. Ich hab da so einen Plan. Ich werde einfach die... Äh... Die... Meine... Tonspur ein bisschen höher drehen. Und, äh... Die Tonspur von dem... Spiel ein bisschen leiser drehen. Damit man mich also ein bisschen mehr hört. Mh... Ja. Jetzt haben wir das auch gleich geschafft. Ähm... Und dann haben wir, denke ich mal, die Mission auch schon erledigt. Ha, cool. Ich geh nochmal kurz rum, um sicherzustellen. Frage die Passanten, was passiert ist. Ah... Ah, das war's auch schon. Ja, viel Spaß beim Gucken und... Äh... Ich werde das jetzt gleich hochladen und in... keine Ahnung... zwei Minuten weiter aufnehmen. Tschüss. Und jetzt mal kurz. Ich werde das jetzt vor, warum ich... Untertitelung des ZDF für funk, 2017